Ich habe Pippi Sonsens Wie heißt Pippi? Pippi Sonsens Pippi Sonsens Und wie heißt das Mädchen, das dort noch ist? Anika Und die andere heißt? Pippi Sonsens Wie heißt der Film, den du sehen möchtest? Pippi Sonsens Noch einmal ganz laut Pippi Sonsens Und wie heißt das? Lentener Sagen Sie noch einmal Sagen Sie noch ein Sagen Sie noch mal Sagen Sie noch mal Sehr gut Untertitelung